Lange davor gemutet ist, ich glaub's, der Knecht. Der telefoniert bestimmt schon wieder. Der ist so schlecht, der Typ. Und das in der Aufnahme. Oh, echt. Mann, 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 Mann. Ja, wenn du meine Starzy-Pokémon hab ich... Ach, Zeitdust. Aber schön, dass du meine Zuschauer informiert hast, was ich am telefonieren bin. Ja, guck mal auf den Wecker, wir haben noch nicht mal 8 Uhr. Das ist eigentlich gar nicht unsere Zeit. Och, haben wir hier nicht... Gab's hier auch den IP-Teiler oder nicht? Nein, in dem Teil noch nicht. Scheiße. Na, dafür hab ich den Detektor jetzt. Ja, wow. Ja, ne? Bringt super viel. Ja, finde ich auch. Bringt fast gar nichts. Finde ich nicht. Das hat der Detektor damals in den anderen Teilen richtig viel gebracht. Voll. Weil da konntest du mehr als einen Masterball bekommen. Snack, nee. Außer meistens am meisten aber nicht Masterball. Och, meine Geduld doch. Masterball. Ist so weit, dass du das gleiche du hast. Ja. Aschloch. Angst. wenn du längst der längste 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 denkst du bist du gangster du denkst du hast den schaden hast du auch den schaden warum hat schlecker keine schlecker doch okay dachte bei nacht nebel sinken irgendwas aber das ist eine richtige attacke schlecht ist aber nicht schlecker auch eine richtige attacke bis jetzt gerade trainieren oder was deswegen eine safari zu kriegen ist richtig selten oder richtig schwer ja gut das recht aber bezahlt dafür eintritt geht auch einfach in irgendeine wiese und trainieren fix war ich auch ich brauche doch die kohle zu holen ach ja kannst du da auch nur irgendwelche trainer klatschen was wegen kohle ja das ist eine du musst der server da kannst du ein bisschen unter schön da hast du noch ein paar trainer zwischendurch aber auch wenn man wieder hoch rennt da hat man auch trainer von safonia oder fuchs an der city aus na das war ein schaden eben nicht gut an bei dir aber schon gewechselt war ganz knapp und ich will dann haben wir schon gemacht 9 level die nächste stufe machen ja kann man ja bis sie nur noch mit einem schlag gehen dann ist das langweilig das zu trainieren an dieser stelle ich dachte das wäre jetzt ein kaufschlag gewesen aber nein jetzt mauzi mauzi wauzi normalerweise müsste man eigentlich die speed taste haben und laufen irgendwann gegen die wand dann müsste eigentlich die pokémon bei der pension eigentlich hochleveln oder nicht ich glaub das ist immer gebiet weg sind okay ja gut dann das ist ein bisschen blöd body schlamm body schlamm body schlampe body schlamm volltreffer vogel stricher erledigt vogel stricher du bist ne vogel stricher du bist ne vogel stricher ne doch vor allem wie wir uns mal beleidigen in der aufnahme den stört du kack noob zu weinen ne gerne in irgendeine brust warum fliege ich da nicht einfach hin zum pokémon's energie durch schnellste und fahr wieder hinzufahren weil du schlecht bist weil du nicht drinnen denkst oh mein gott mir fehlen nur noch vier beim ersten mal mache ich zwei gleichzeitig na klar level 26 so muss das sein und tschüss der nächste trainer noch ein bisschen speed erhöht das ist voll die verarsche du bist behindert das ding hat noch nicht mal flügel also ist genau das gleiche ne ich bin behindert doch nein wieso du willst mich verarschen erst musst du klingstisch da mal aufladen und dann geht die attacke vorbei jetzt schlecht schlecht nein ich will nicht mit dir hin hau ab ich will dich nicht reden ich will kämpfen schade dass man nicht so ein bisschen geld bekommt bei den pokémon zum beispiel bei mauzi dass man so seine münze vom kopf abreißt mit zahltag kriegst du kohle genau mit zahltag krieg ich schaden höchstens als kopf und kohle nachdem du ihn besiegt hast ne quasi doch nie doch nie geld bekommen ich besiegt immer mit einem schlag kann wohl daran liegen sogar das ist wenn du zahltag einsetzt ach so toll toll seid blöd fair geht warum machst du das nicht ja ne ja das muss ich jetzt wieder drei reintaken aufladen geht schneller wenn ich jetzt noch ein paar trainerfleet mache die sowieso nerven ne die sowieso nerven würden in der stelle auch so kann ich ein bisschen nebulak trainieren ich bin ja gerade auch labros einfach ein bisschen hier leute schlafen doch eine halbe stunde ist einfach als so dieses über borderlands ist es so weil du dann halbe stunde zu kurz aber sowieso klein mini dingern hier kann man es ruhig machen ja toll das ist auch ein geist so dass den haften seiner schleck zunge das aussieht wenn ich hier so umgehe schlaft oder wirklich zu trick sie ich wurde genau noch mehr jetzt auf einmal so weißt du so zufällig bodyslam level 29 14 schaff ich noch 15 level ja jetzt nicht mehr das könnte knapp werden könnte knapp werden wir haben noch eine minute oder zwei minuten wir wieder vorlaufen hast dass der nicht mehr ich lebe 25 warte zu da super al polo da polo dann mache ich noch einen trainer kampf lala wie also du bist du trainer schirren hallo hallo wir freunde werden dieser sam ich nehme deine samen und zerdrücke dich damit und keine samen mehr raus warum setzt du rasierblatt ein das sagst du nicht lecker wie viel wirkt das wirkt das gut oh scheiße wirkt ja so nix für den tag haben wir noch zwei vier pokémons kann ich noch besiegen vier pokémons ja jetzt noch drei oh noch ein in bisa kinoz vor allem die trainerin und dann noch bisa kinoz ist klar und ich habe level 30 erreicht zentos 15 level gemacht nice in einer nicht mal ganz halben stunde ja du sagst wenn du fertig bist ne ja bin ich auch gleich ok kann ich schon mal speichern 45 45 punkt 1 45 punkt punkt 1 ja ein follower recht level 26 ne vr und kann man nicht eigentlich die mal so rein und raus gehen dann müsste das auch gehen ne 46 33 und damit würde ich sagen bis zum nächsten Mal bei der pokémon challenge mit dem flash mit zentos tschau tschau Bis zum nächsten Mal.